Was bildest du denn aus? Wir bilden Justizfachangestellte. Justizfachangestellte. Guck, direkt Hass. Man merkt, wenn Mannheim ist. Sehr schön, sehr dick. Fuck the police! Come straight from the underground! Was genau, was für Justiz? Was machen die? Wir arbeiten noch nicht. Wir suchen auch noch aktuell Azubis. Ganz kurz. Ich sag wortwörtlich wiederhol ich, was sie gesagt hat. Sie arbeitet, sie bildet aus für das Amtsgericht, also Justizfachangestellte und sie sucht noch Azubis. Wer so redet, wer Azubis sagt, der sollte keine Azubis auswenden. Das klingt falsch. Das heißt Azubis, nicht Azubis. Weil Azubis würde implizieren, dass es auch noch B-Zubis oder C-Zubis gibt. Aber die gibt es ja anscheinend nicht.